Wir freuen uns immer wieder, wenn wir in enger Verbundenheit zusammenkommen, hier in unserem historischen Rathaus, um damit auch die enge Verbundenheit zur Kirche und auch zum Bonifatiuswerk zum Ausdruck zu bringen. Das ist die Wertschätzung und die Zusammenarbeit, nicht nur mit dem Erzbistum Paderborn, wo ja schon seit 170 Jahren von hier der Blick auch in die Diaspora auf Glaubensbrüder und Schwestern in der Minderheitensituation geht und wo es eben neben der Form der Glaubensweitergabe auf den Spuren des heiligen Bonifatius immer ein Zeichen gewesen ist der Solidarität und auch der Gastfreundschaft, ein Zeichen der Wertschätzung für unsere Mitarbeiterschaft, aber eben auch für die internationale Zusammenarbeit, die in Paderborn landet, aber auch von Paderborn ausgibt. Es ist für uns wirklich ein Zeichen, dass wir tief verbunden sind, nicht nur mit Bonifatiuswerk in Paderborn, sondern auch mit der weltlichen Gesellschaft und das finde ich sehr schön, dass man hier in Paderborn wirklich diese gute Zusammenarbeit zwischen Kirche und Stadt und das ist für uns wirklich ein Zeichen. Vielen Dank.